Ich bin Niederlander. 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 Ich denke, dass die meisten von Ihnen hier im Transrapid Testfassilien haben. So ist jemand hier für den ersten Mal? Ich bin Niederlander. Ich bin Niederlander. Ich bin Niederlander. Ich bin Niederlander. Just now we are passing the so-called switch one. With this switch it is possible to move the train from the test center on the main track and vice versa. Yeah. Dann stellen wir auf Abweich und dann warten wir hier. Ich bin Niederlander. 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 So the levitation system is activated. The train now doesn't have any mechanical contact to the track. The propulsion system is switched on and we are moving to the northern direction heading up to… Ich bin jetzt auf die 250 Kilometer. Das ist ja geradeausch. Genau. Es ist auch sehr ein Tag. Haben wir da richtig gut hin? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?